Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 3,3 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, mittlerweile das zweite Gerät. Läuft sauber ohne Probleme mit der Imaged-Version erste 23 Quadrat-Bytes. Beim Sendersuchlauf ist zu beachten, dass man das Land auf Polen lässt. Dann finden sich auch sofort alle verfügbaren Sender. Webinterface ohne Probleme zu erreichen. Sender-Sortierung geht nach kurzer Zeit auf sehr fix und Favoriten lassen sich bequem anlegen. HDMI-Zek ist auch dabei und funktioniert tadellos. Es gibt zwei Stand-Bei-Modi. Die Stand-Bei dauert paar Sekunden, hat aber den Vorteil, dass in der Zwischenzeit der Fernseher hochgefahren werden kann, sofern HDMI-Zek aktiviert ist. Der Fast-Modell führte zu mehreren Hängern und gibt dem Gerät keine Ruhepause, was es bekommen sollte, die es schon wärmer wird, als andere Receiver, was aber von der Bauart abhängig ist. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.